Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, jemand, der einen Chevrolet Tombodiesel hat und vor ein paar Tagen einen Motorschaden hatte und das Auto hatte damals viel Strom verloren, brachte ihn in eine Werkstatt und die Werkstatt sagte ihm, dass das AGR Solenoid durchgebrannt war, also haben Sie das AGR Solenoid oder das Elektrowindel ausgetauscht und jetzt funktioniert das Fahrzeug normal. Er fragt, warum hat er so verloren viel Kraft, wenn das einzige, was ausfiel, war das AGR, mal sehen. Diese Kraft ging verloren, weil das Steuergerät feststellte, dass das Teil nicht funktionierte. Dann wurde ein Teil der Abgasen nicht wie programmiert verbrannt und was es tut, um den Turbo vom Auto zu trennen, deshalb geht so viel Leistung verloren. Beim Wechsel erkennt das Steuergerät bereits, dass alles normal funktioniert, dass es weiterhin einen Teil der Abgase verbrennt. Wissen Sie, aus Umweltschutzgründen und wenn Sie es also ändern, wird dort zurückgegeben, wenn Sie den Turbo aktivieren und das Auto normal funktioniert. Dann ist es nicht so, dass es aufgrund des AGR all diese Leistung verliert. Es ist einfach so, dass das Steuergerät den Turbo abschaltet, um Sie zu zwingen, den Fehler zu beheben. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.